Ich will nicht den Prozess! Ich will mein Baby! Ich kann das nicht tun! Ich kann das nicht tun! Ja, du hast keine Wahl. Fuck, sonst bringen sie das Baby um. Gib die Kombination ein. Oh, ist das malig. Ja, schon. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Richtig, das ist den den Molly so umgehauen hat. Okay, lass mal schauen. Also da ist so ein Arzttyp und Molly, die haute Frau, mit der ich hier rumlaufe, die ist auf den übelst draufgegangen, hat den umgehauen, war ein bisschen mad auf den. Hat sich bestimmt gesagt, sowas wie, du Pisa, du kannst mich mal. Und... Chillt mal da drüben die Tobis. Genau. Und ich wahrscheinlich war sie AC ähnliches mit dir durchmachen müssen. Weil sie ist schwanger. Ist man nicht schwanger? Hoffentlich nicht, weil... Obwohl ich bringe auch ein Kind mit in die Beziehung. Just saying. Just saying. Okay. Also er müsste gleich hier vorne liegen. Oder wo bin ich jetzt? Okay, ne. Da lang. Da lang. Ja, ja, das ist so. Ja, laufend schneller. Dude. Ist egal was ich dir. Ich kann nichts drücken. Ich muss hier hoch springen. Genau. Genau so was. Hallo. 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 hat jemand gedacht dass ein fernseher noch so was gut ist ich hab mir schon gesagt fernseher gucken ist nicht gut fürs gehirn nicht gut für den kopf was die leiche ist weg der lebt noch die hat übrigens auf den eingeprügelt und die seht er die blutleiche aber dann der lebt noch so jetzt mit dem alter schwede der kitte mit dem fuß gotting seinen kopf kaputt gemacht oh nein ich habe etwas gefunden das ist was wir brauchen und was ist das? sieht aus wie eine Art Kode, aber bernin sagte dass die wie er noch labert ich schaue erstmal zombie an ah shit time to go irgendwem redest du aber nein ist ja muss ein spiel ein sehr realistisches spiel und ich kann da hochklären habe ich gesehen oder ich hätte es versuchen können egal ich habe jetzt was zu tun wie gucken dass das video an wahrscheinlich ist da molly drauf zu sehen und man sieht warum molly so sad auf den typen ist so mad auf den typen ist ich habe eine andere tippe, das ist auf Oktober 10, das ist der Tag nach dem ersten, den wir sehen haben ohhhhhh put it in ohhhhhh shit ich bin mal gespannt wie sie gekommen ist also die frau wahrscheinlich muss sie ja, sie hatte keine wahl hast du eine entscheidung gemacht? ich dachte du sagst ich habe keine wähle wohl tehnisch ich kann dann du dich die pregnancy kann oder oder leave Crawford natürlich das wäre ein starkes vielleicht ist das besser ich habe alle ganze Nacht gedacht zu denken warum wir uns jetzt versuchen zu leben weiter zu leben wenn das ist was es braucht wenn das was es uns haben ich mache keine Regeln Dr. ich bin beinahe, bitte Help-me vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders werden kann Wir können wieder versuchen, aber für heute, wir müssen das machen. Gott! Nein! Nein! Ich denke, wir wissen, was mit Covert passiert ist. Und mehr wichtig ist, wir haben die Kombination. Christa, bist du okay? Was ist falsch? Es ist nichts. Das war einfach schwer zu sehen. Keine Angst über mich. Hat sie auch ein Kind verloren, wahrscheinlich, oder? Let's get rid of Smith and get the hell out of here. We're in business. Antibiotics, Morphine, I think as much of this is we can carry. Okay, I think we're good. This is more than a... Let's go. You're going, I want to make sure we didn't miss anything. I'll be right behind you. Don't take too long. Sollen wir jetzt nochmal alles angucken, oder was? Soll ich jetzt nochmal alles durchgucken? Der labert einen Satz zu jedem Zeug. Was interessiert mich? Das ist eine Uhr, ja. Der sagt wahrscheinlich, oh, die Uhr geht nicht mehr. Den Kopierer. Oh, der Kopierer geht nicht mehr. Oh, das Bett. Oh, das Bett geht nicht mehr. Das ist das Gleiche hier. Was geht? Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Oder hätte ich denen sagen sollen, dass sie kommen, dass sie mitkommen sollen, oder was? Ich schaue nochmal, ob sie drin sind. Ich glaube, ich hätte denen sagen sollen, hey Jungs, ich bin bereit zum Gehen, oder was? Weil er hat gemeint, ich gehe, ich bin direkt hinter euch. Da stehen wir dann jetzt immer noch dumm rum und warten auf Befehle. Okay. Nein, die sind weg. Ah, okay. Oh, das ist viel Blut hier. Vielleicht habe ich übrigens jetzt gesehen, irgendwie. Das ist so... Diese Atmosphäre in diesem Game ist ein bisschen bedrückend. Hat da schon mal mehr Spaß im Leben. Ich schätze mal, das ist wie die Dinge gehen, wenn man... ...Zombie-Apokalypse hat. Nur bei der richtigen Zombie-Apokalypse. Da rennt ungefähr ein Rambo-Typ rum und ballert... Alles weg! Wo bin ich gerade erschrocken? Sightseeing. Haha, du bist so witzig. Oh, ja, äh, über das. Hast du sie verloren? Are you serious? I'm just kidding. Du bist so witzig. Molly, du bist so witzig, wahnsinnig. Pack'sinnig. Hast du... ...einen Scherzkeks gegessen, hä? Was ist das? Nichts. Sicher, du willst mir nichts sagen? Ja, ich bin sicher. Sind wir fertig? Was zur Hölle? Ich denke, das ist die Frage, um die Hölle rauszukommen. What? Warum sind die alle tot? What? Die ganzen Leichen, wieso, äh, die ganzen Zombies, wo waren die grad? Da ist doch alles von dem Blut. Die Tür, meine ich. Slow-motion, walk, walk! Sorry, sorry. I just got spooked by the bells. And then I heard someone coming. Kenny and I still can't get the door open to the armory. And he sent me out to look for something we can use to bust it open. I found this. Uh, Din? Where did you get that? Oh shit, did you find it? It was stuck in the door handle at the end of the hallway back there. Oh no. Are you serious? Shit! Oh no. Oh wow, die Frau ist heftig. Nice move. Lee! Shoot this fucker! Ich hab grad gedrückt, ich hab grad geschossen. Ja! Holy shit! Best woman ever, Clementine. Ja, aber lass abkauen. Holy moly. Ben, du bist ein Idiot. Oh shit. Ben, du bist ein Idiot. Ben, du bist ein Idiot. Oh shit. Through the armory. We can just get this damn door open. Come on, damn you! No, der ist... Ah, der ist so sad, der Wan. Ich find's trotzdem cool, dass er dabei ist. Ja, ich denk's mir. Ben? Ben? We talked about this. No, wait. I wanna know what he meant. Die regt mich auch so auf die Frau. Die will immer alles wissen. Immer streiten. Immer auf 100%. We don't have time for this! Ain't nobody got time for that, man. Yes. You tried to stop Ben. It's been me all along. We put all of us in danger. Katja and Duck. It was all me. It was all me. Nice Kenny. Guter Mann. Scheiß drauf. Rein. Scheiß drauf. Geh rein. Oh, jetzt bringen sie sich alle um. I thought maybe I could keep them off our backs. And it got discovered. That's when they attacked. And that's when Duck... Sie sahen Napkins Let's Play. Sehen Sie nun Wurst Zwiebelsalat.